Dein Holz ist nach dem Absägen zu kurz? Kein Problem! So kannst du dein Holz verlängern. Du brauchst ein zweites Stück Holz mit einem identischen Querschnitt. Beide Teile klebst du mit Sekundenkleber passgenau aufeinander. Dann geht's auch schon an die Tischkreissäge. Die Sägeblatthöhe stellst du auf die Hälfte der Materialstärke. Zuerst sägst du beide Teile versetzt ein, aber im selben Winkel. Ich nehme dafür 22 Grad. Anschließend entfernst du den Teil bis zum Schnitt. Kurz sauber nacharbeiten. Jetzt brauchst du noch einen Keil, der die Verbindung noch verstärkt. Zeichne dir an, wo der Keil sitzen soll. An der Tischkreissäge die Nut aussägen. Wichtig! Wenn du den Keil nicht mittig anzeichnest, passiert das gleiche wie mir und das Zapfenloch ist versetzt. Ups! Aber kein Problem! Ich säge die Nut einfach etwas breiter und passe den Keil noch einmal in der Breite an. Und dann geht's auch schon ans Zusammenstecken. Wenn du magst, kannst du den Keil, so wie ich, anschließend bündig absägen. Sieht nice aus, oder? Für mehr Tipps und Tricks, Kanal abonnieren!